ARD Text im Auftrag von Funk Das ist so eine lappige Sportart Ja, ich hasse sie auch Toll, da ich genau welche Ich wollte den grad zeigen, aber dann... Ne, zu weit Ui, Wasserleben oder was? Jo, da kannst du dich drum kümmern, ne? Ne, muss ja Alter Ich lass mich nicht ablenken Nein, mein Joschi Joschi, nein! Nein, mein Gott nein! Ne, das war alles nur der Football hier schuld Pfff, mein Gott Ja, warum kann man nicht mehr auf dir springen? In SMBX3 konnte man auch auf dir springen Boom Die Zeiten sind vorbei Die kann man auch nicht mehr so kurz springen Ne Das ist schlechte Mein Gott! Was geht ab? Was geht ab? Ich hab gar nicht geguckt Ey, jeder hat's gesehen Jeder hat's gesehen Ganz hochschaut am Weißes Ja, ey Ey Komm, mein... Oh Gott! Hä? Der hat kein Bob oder so schüssler Der ist so schlecht, ey Der hat kein Bob Was ging ab? Der ist der gereizender Ja, weißt du einfach, dass es so schlecht ist, ey Ich würde den jetzt nicht weiter reizen, na? Genau Ey, das ist einfach nur so unglaublich schlecht Guck dir mal an, wie ein Skillful-Typ das macht Warte Da ist ein Item Wenn Ja, boom Alter, boom Warte Ich brauch gerne eine Münze da Ist das schlecht Junge? Das war so unglaublich schlecht. Ich bin an der Kante auf diesen dummen, komischen Typen gesprungen, also als es so runter ging. Hier, da. Und dann bin ich klein geworden, hallo? Ich hab den mitten in seinen scheiß Face getroffen. Ich mach den gleichen Scheiß wie du hier. Yes. Yes, die Mütze. Okay, ich scheiß mal drauf. Das ist mega scheiße, weil der Controller funktioniert nicht richtig und jetzt der Durchschwimmen... Oh mein Gott, das verlangt schon ein Skill. Nein, das sind nur zwei Fische. Ich glaub hier ganz rechts. Oh mein Gott, du hast schon mal den Instink. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Naja, falsch. Dann kommt jetzt ein Chuck. Der boxt alles weg. Boom, 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 boom. Football Chuck. Boom, 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 boom. Kann man hier nicht wegrutschen? Mein Gott. Gib mir die Feder. Gib mir die Feder. Ja, wir sammeln unseren neuen. Ja, wir sammeln die Mütze an, die Mütze, die Yoshi-Münze. Warum? Gibt gern nix. Krieg's nix. Aber... Jo, fahr jetzt, cool. Sehr spannend hier. Was ist los? Ja! Ja, für mich schau mal hier hin, ne? Wie erduckt er sich automatisch, dieses Schwein. Na wie toll, da gab's ja gar nix. Boah! Oh, da kann Katz kommen. Boah! 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 Mein Gott! Klonen die sich auf einmal. Ich? Ja, jetzt hast du eigentlich mal Bonus-Level. Ah, Bonus-Level. Nein. Na? 14 Minuten. Gut. Bonus-Level. Bonus-Level, die Blume. Die Blume, die Blume. Ah, verkackt. Fail. 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 Okay. Ja, und vielleicht... Drei Leben oder so? Oder eins, so. Eins, eins. Das hat sich ja so lohnt hier. Ja, war doch schon vorbei, als ich hier den Pils gekriegt hätte. Das war schade, scheißegal. Und mit der Fehler, das ist so'n großer Scheiß dann. Ey, weh, jetzt kommt gleich wieder so'n unglaublich beschissmer Bug. Das ist doch kein Bug, wenn du sagst... Ne, war ja. Ah, genau. Hier, komm, weg mich drauf. Na, 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 na. Das level ich gerne mal. Wie ich so trainiert drin irgendwie, weil... So trainiert. Das hat der Junge einfach mal so drauf. Nein, 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 nein... Boah, der wartet tatsächlich, bis die noch... Mein Gott! Nein! Komm, komm, komm! Nein! Ah! Hallo? Ich hab zu dir gekauft. Zu dir. Kleine. Spasti. Ach ja, das müssen wir irgendwie so trainieren. Ist ja okay. Egal, ich muss mir halt hier einfach nochmal. Nein, machst du nicht! Um allen zu zeigen, dass ich's drauf hab. Ja, ich kann hier nicht, weil die so dumm... Die Geister da oben... Mach Drehsprung. Ja. Ah, jetzt wieder holen. Fick dich, ey! Dummer! Mach Drehsprung! nö oh cool Junge, mach weiter er steckt nur da oben drauf, guck weg um einen Verdrehschwung auf den Hof mein Gott wieso rutscht der automatisch Das sind doch nur Treppenstufen. Ja, Kohlenmünzen. Ja, cool. Brauche ich ja. Babbeln. Oh mein Gott, was machen die? Nicht berühren, oder? Doch, das ist gut. Nein, Lebensenergie. Ja, okay. Die Oren. Spring hoch. Ja, spring hoch. Das ist von. Mein Gott. Das ist von. Maul. Loser. Ich könnte einfach drüber zu fliegen. Ah, hier. Leben. Da wird vielleicht die Zeit eng bei dir. Nur noch 206 Sekunden. Oder was ist. Oh, ich hab hier einen. Mein Gott. Ja, hatte ich so das Gefühl, dass hier ein P-Switch kommt. Der ist weg. Schade, dass er nicht weg ist. Genau da hinten. Pass auf! Nein! Nein! Du lässt hier unter den Schreck. Nein! Warum hast du denn nicht hochgesprungen? Ja, wenn jetzt... Nein! Jeder, wenn man seine Level schafft. Nein! Ja, drüber mal. Was? Da wollte ich gar nicht hin. Also, wenn meine Steuer sind nicht so ein bisschen schwerer oder so, dann... Nein! Kennt er nicht. Boah, nein! Ja, das ganze Level überhaupt! Die Lava-Achterbahn. Wie geht's ab? Wie heißt das denn? Wie heißt das denn? Keine Ahnung. Na, cool. Boah, Leben! Mein Gott! Boah, das Glück! Boah! Junge, weil er sich wieder geduckt hat. Das hat jeder hier gesehen, ne? Mein Gott, ja. Ja, Spaß. Gekommen! Okay. Ey, ich hasse dieses Level so sehr. Und die ganze Zeit duckt Mario sich, ey. Guck mal hier, ich drück nur nach rechts. Das ist so schlecht. Ich muss es gleich unbedingt ändern, wenn die Kamera voll ist, weil dann, ab dann, wird nur noch Skifur gespielt. Ja. Wie viele Leben hab ich eigentlich? Ich hab gar nicht drauf geachtet. Ah, die 100. Ja, das ist ja auch ne. Oh! Kaum was Gutes. Ja, boah. Nein. Mein Gott, lass dich fallen. Mann! Oh, nochmal nach, du mal. Oh, nee. Die sind wieder sehr beliebt. Ja, sehr. Soll ich damit runter? Soll ich damit runter? Ja, mach. Bitte. 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 Mein Gott. Boah. Ah, durchgelassen. Keine Ahnung. Jetzt geh auf die erste Bahn. Ach, der Scheiße. Mein Gott. Genau, wo ist er hin? Was? Achso, der... Achso, keine Ahnung. Mein Gott. Der Schellentyp, ey. In der Film könnt ihr uns auch mal den Namen posten, weil... wir sind total in Unwissen hier. Juhu. Juhu. In Joshi-Münze. Juhu. Oh, ne Feder. Hast du noch keiner. Aber die Fischer haben nur getroffen. Juhu. 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 rausgeknallt aus seinem Panzer. Mein Gott! Yeah, safe! Jeder will Luigi sehen. Niemand will Mario. Ja, der Luigi, der so safe spielt, das ist so langweilig. Ja, naja. Mein Gott! Schafft er ja nicht. Geht da runter, Mann. Geht da runter, Mann. Yeah! Vielleicht kommt er zu uns. Genau! Nein, das Witz! Ja, wie sollte man das denn kriegen, ey? Wie sollte man... Mein Gott, mein Gott, mein Gott! Nein! Wo ist meine... Leck mich aus, die Menze. Ich hab Bock auf dich. Jetzt gleich kommen wieder diese dummen Raketen. Betten? Ich wette damit. Ja, ich kann sie riechen. Nein! Was, ey! Ich... Das ist doch schlecht. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.